Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Von Anfang an war die Go-Profit-Karte ein absoluter Renner. Und die enorme Nachfrage nach unseren Sonderangeboten konnte zum Teil kaum entdeckt werden. Fast alle von Ihnen waren an diesem grossartigen Erfolg beteiligt. Darum zuerst ein ganz herzliches Dankeschön. Ab sofort wird aber alles noch besser. Denn von jetzt an gibt es die Go-Supercard. Und das heisst nichts anderes als Profit plus Prämien. Sie profitieren wie bisher von den Go-Profit-Angeboten, kommen aber neu mit der Supercard zusätzliche Superpunkte für originelle Prämiengeschenke rüber. Für jeden Einkauf ab 10 Franken werden Ihnen Superpunkte gutgeschrieben. Und Ihr Punkt-Eck-Konto wird so grösser und grösser. Die Punkte werden an der Kasse aufgerechnet und Ihrem Konto sofort gutgeschrieben. So können Sie den aktuellen Stand gerade auf dem Kassenzerl ablesen. Damit das Punkt-Sammeln für Sie noch spannender und attraktiver wird, informieren wir Sie hier im Go-Studio und in der Inserat jede Woche über spezielle Aktionsangebote mit zusätzlichen wertvollen Superpunkten. Und jetzt möchten Sie natürlich wissen, was diese Punkte eigentlich wert sind. Oder anders gesagt, was es dafür gibt. Im Superkatalog sind auf 130 Seiten mehr als 500 ausgesuchte Prämiengeschenke aufgeführt. Aus dem Bereich Kinder, Einrichten, Haushalt oder Sport. Auch allerhand Praktisches fürs Wohnzimmer, fürs Büro, die Küche oder das Bad. Und vieles mehr können Sie mit Ihrer Supercard bestellen. Vorausgesetzt, Sie haben genug Punkte auf Ihrem Konto. Die bestellten Produkte schicken wir Ihnen dann gratis nach Hause. Und noch etwas Praktisches erwarten Sie. Die Superbox, ein Info-Terminal, das neu in jedem Go-Bladen steht. Einfach die Supercard gegen das Lesefenster halten. Und schon sehen Sie, wie viele Punkte Sie bereits auf Ihrem Kartenkonto haben. Die Superbox ist so einfach zu bedienen wie ein Bankomat. Und Sie kann noch mehr. Rezepte ausdrücken zum Beispiel. Oder wenn Sie wollen, können Sie da auch direkt Ihre Prämiengeschenke aus dem Katalog bestellen. Sie sehen, eine tolle Sache. Die meisten von Ihnen haben in den letzten Tagen Ihre persönliche Supercard mit der Post zugestellt bekommen. Und ab sofort können Sie sie in allen Go-Bladen und in unseren Bau- und Hobbymärkten in der ganzen Schweiz einsetzen. Jetzt aber doch noch ein Hinweis auf ein anderes Ereignis in unseren Läden. Viele Schweizer werden auch dieses Jahr wieder Ferien in Italien machen. Und dort, neben anderen kulinarischen Höhepunkten, den weissen Mozzarella-Kugeln in irgendeiner Form begegnen. Auf der ganzen Welt berühmt wurde, ist der Mozzarella zwar als Pizzabelag. Dieser Frischkäse mit seinem feinen, angenehmen Aroma ist aber weitaus vielseitiger als das. Und überzeugt auch zum Apero, als Vorspeis, zum Gratinieren und natürlich als Salat mit Tomaten. Einen bekannten Caprese. So erstaunt es nicht weiter, dass der Mozzarella in den letzten Jahren die Schweizerkuchen regelrecht erobert hat. Und heute zu diesen Kässorten gehört, die am meisten verlangt werden. Gedanken zum Thema Mozzarella hat sich auch Armin Amrein gemacht und uns ein weites Rezept aus seiner Sammlung mitgebracht. Weil vorhin bei der Einleitung ja schon von den Ferien gesprochen wurde, habe ich das mal an ein Apero-Gepäck gedacht. An eine Oliven-Tarte. Grüezi miteinander. Haselnüsse im Kötter oder mit einem Messer grob hacken und ohne Fett goldbraun rösten. Schwarze Oliven ohne Steine und Mozzarella ebenfalls fein hacken. Knoblauchzehe dazu pressen. Den Saft von einer halben Zitronen, Olivenöl und die gerüsteten Haselnüsse dazugeben und gut vermischen. Dann die Masse auf dem Kuchenteig satt verteilen. Eine grosse rote Peperoni halbieren, entkernen und ein paar Minuten weichgaren. In möglichst lange dünne Streifen schneiden. Nachher gitterartig auf der Olivenmasse auslegen. Die restlichen Oliven halbieren und darauf verteilen. Und die Oliven-Tarte im vorgeheizenden Ofen ca. 25 Minuten backen. Weitere lustige Mozzarella-Rezepte finden Sie in der Frischmehr-Beilage aus der Coop-Zeitung dieser Woche. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Haselnüsse, schwarze Oliven, Mozzarella, Knoblauch, Zitronen, Olivenöl, Kuchenteig, rote Peperoni. Danke Armin. Weiter geht es mit ein paar Aktionen, die Sie bestimmt gut brauchen können. Ein Kilo ausländische oder Schweizer Tomaten kostet 1,90 Euro. Mit der Coop Supercard kommen Sie einen Liter Coop Olivenöl zum halben Preis über. Und auf ein paar St. Galler Kalbsbratwürste gibt es 150 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.